Das kann ne Weile dauern Gibt aber ein paar XP So, wenn ich jetzt noch Hass anschalte, dann geht das sogar noch schneller Kann ich noch das Licht wieder anmachen? Ja Ich glaube, ich komme da nicht mehr durch Da ist die Hast weg Kann doch nicht sein, dass das Licht weniger werden Ja 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 Äh, ne, du kannst nicht zaubern Ups Und da wollte ich nicht Ja Ja Genau Ja 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 Hast du da? Ja Ist nicht so, als ob ich das nicht den halben Tag lang machen könnte Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es besser wird Doch langsam wird es doch besser Vor allem scheint sie mich wieder öfter anzugreifen Darf ich aber gleich mal zurückziehen müsste So, jetzt ziehe ich mich mal kurz zurück Ah, das ist jetzt ein bisschen viel smooth Und ja, ich will das jetzt irgendwann mal lösen Weil das kann nicht sein, dass das eine Endlosschleife ist Aus der man nicht mehr rauskommt Vor allem, ich habe eigentlich glaube ich alle Ness Ist doch getötet Und ich habe irgendwo eins übersehen Ja Ja, ich habe auch nichts zu nerven Okay Okay, meine Leute kriegen Hunger Oh Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder anglusslustiger Ich habe eine Ja, kannst dich ruhig angreifen. Das kann ich noch wegstecken. Ja, war eigentlich gut geplant, was ich gerade hier tue. Aber ich will nicht mehr, dass das rumnervt. Und ja, ich merke, wie es spürbar weniger werden. Ich höre zwar immer noch jede Menge Gifflat zurück.